Hallo Leute, hier bin ich wieder! Der Arzt will mich schrauben. Der Arzt will mich schrauben. Was bei der Polizei passiert? Was bei der Polizei passiert? Ein Kollege von uns ist dead. Der macht doch Beripito wieder! Der steht dann nur auf Karun. Die Polizei passiert hier! Wer hat das? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Polizei passiert hier! Wenn es jetzt gehen würde, hätte ich die 30 Robux gegeben. Dicke, mach der! Nein, kann sowieso nicht mehr. Dicke, mach der! Ich bin einfach... Mach den da schon mal! Kommst du gleich mit, Cassie? Hallo! Machst du schon aufhören? Ich fahre nach Zuburg! Ich fahre jetzt in groß und runter und geh jetzt quasi runter und wieder her. Nee, ich geh ja schon mal auf. Ja, okay, okay. Jetzt gehen wir fünf Wochen, jetzt werden wir gleich in die Mutti kommen. Hallo, ich bin gleich! Hallo! Da ist es da! Hallo! 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 Aber danke, David! Hallo! 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 Was darfst du denn? Ich werde jetzt die Karte. Ich muss nur meine Schicht beenden, dann habe ich 125 XP bekommen. Als wieso habe ich jetzt normalversuchte Festnahme bekommen? Ich bin einfach nur gefahren und gefahren. Komm her, du kleiner Bastard! Ah, das ist auch so wie bitte. Ich habe fast 6000 erreicht. Was kann ich denn hier noch spielen? Ich gucke hier mal YouTube. Hey guys, today we are going to be trading Mac Bunny Titan. Watch this video today and find the co-verdicate sign unit. I trade a Mac Bunny Titan, please offer guys. First trade, here we go. This guy has already offered a trade. No, 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 no. I think it is going to be a good trade. Guys, I am headed to the trade closet. I trade a Mac Bunny Titan. Wow! No problem. Let's see what this guy has to offer. Oh, hello. Um, so let's look at the price of this unit on Marketplace. I don't think it's a very profitable trade. I think no, sorry. No, thank you, bro. I hope I can see something interesting in this trade. Let's see what this guy has to offer. 2,000 years later. This guy doesn't offer anything. Okay. Three days later. Another time eater. Another time eater. Oh, hello. Offer. This guy's not offering anything. 2,000 years later. This guy didn't offer a single unit. What?